Hallo, hier ist Willi Haarhammer, der Chef von der Firma IGRATOS, das seht ihr hier links oben. Wir haben für euch einen Solarmodulplaner konstruiert, der wirklich einfach ist. Schaut, ihr schaut rein mit pvsimple.de, dann scrollt ihr runter. Dann seht ihr hier die Breite zum Beispiel des Hauses. In der Regel hat ein Einfamilienhaus 10, 12 Meter, das ist die Breite. Die Höhe ist in der Regel 5, 6 Meter, 7 Meter, das ist die Diakonale. Und dann geht es eigentlich auch schon los, 7 Meter. Welches Modul ihr wollt, das SunPower 320 oder das SunPower 400. Lassen wir mal das SunPower 400 und dann berechnen wir das Ganze. Okay, jetzt habt ihr da vielleicht ein Fenster drin. Und vielleicht der Kamin. Der stört euch. Vielleicht auch noch eine Satellitenschlüssel. Und wenn ihr das alles geklickt habt, dann seht ihr hier, ich bekomme 30 Module drauf. Und erzeuge rund 12.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Ja, und dann könnt ihr das Ganze noch drucken. Drucken. Und dann wählt ihr über euren Drucker aus, wie ihr das haben wollt. Drückt ihr hier auf Drucken. Und ja, dann druckt ihr das Ganze noch. Und damit sind wir eigentlich fertig. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, ihr könnt uns unter www.ikratos.de direkt erreichen. Alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.